Ist das der Healer gewesen? Ja. Dann haben wir gute Chancen. Deswegen war's. Nukst du dir den Todesriller? Echt? Ja. Ja, das ist... Bist du an ihm dran bist, ist gleich schon wieder weg. Bist du an ihn? Oh, beinahe hätte ich die sogar noch gehabt, schade. Mit welcher hab ich überreagiert? Müssen wir gleich beschränken. Robert? Er hat Wabbel. Keine Angst, ich mache einen neuen Shit. Hahaha, wie nervig. Stun ihn, ist gestunnt 6 Sekunden lang. Was möge ich dir? Bei einer Zeit? Eins und weg ist es. Okay, er hat sein 40k-Schild. Ja, dann... dann halt nicht. How in Iron can you be? To your culture. Let's drop one, nice. Ich will auch damit schon mal. Warum geht's hier nicht? Aber ich hab nicht mal Plaketten. Die hätten ja schon ganz schön geholfen. Plaketten? Die Plaketten über den Gegner. Wie kriegen wir denn jetzt Lades zu machen? Ähm, Curse, Update und auch... Da ist schon eins gibt's. Ja. Einzige Problem war nur... Bis ich den Todesrohrer nicht weggekriegt hab, wenn wir... Und ich will es einfach dann... Ausloggen und veraltete Updates laden. Oder das. Naja, aber es lief so trotzdem. Wir motivieren. Ein Sieg am frühen Abend. Am frühen Abend. Am frühen Abend. Guck mal, ihr müsst das aus meiner Sicht sehen, ja? Für mich ist das der frühe Abend. Du liegst die doch meist schon im Koma. Ich liege immer den ganzen Tag halb im Koma. Das stimmt. Stink koscher, so halb. Heute ist Schneeblutag. Heute ist Schneeblutag. Heute ist Schneeblutag. Du bist echt im Schneeblutag. Ich weiß. Am 14. März, Leute. Leute, das wäre wohl an dich. An dich? Du bist angesprochen. Ich bin angesprochen? Ach, Quatsch. Schneeblutag. Das können wir hier nicht sagen. Sei ruhig, sonst wären geflaggt. Hä? Da gibt es doch scheiß Jüdgeblieder zu. Die wären halt geflaggt. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass wir eine ganzere Zielgruppe haben. Entschuldigen. So. V-Club. Ja, ich hab's schon. Ich finde so ein tagwürdig weder das eine noch das andere. Punkt. Für Gladius gibt's keine Update. Es steht up-to-date. Du solltest auch nicht... Haben wir das nicht eben besprochen? Haben wir nicht gesagt, Gladius... Ausloggen, veraltet Updates, äh, veraltete Addons laden anklicken. Veraltet Updates laden. Und für you guys. Ich für meine Awesome Bubble wieder. Naja. Curse Premium. Muss auch noch ein. Alles gleich der Update. So. Ich möchte sagen, ich hab 100k Damage gemacht. Und das waren gute 100k. Gibt schlecht 100k Damage. Und ich hab mich auch geopfert, um diesen Silence nochmal rauszuhauen. Was hättest du denn machen können stattdessen, was ich gerettet hätte? Im Eisblock bleiben können. Mit meinen 1% helfen. Das wär das... Das machst du besser nächstes Mal nicht noch. Mach mal. Haha. Maybe you're right. Aber er war auf 12%. So, Plaketten anwerfen. Und anwerfen. Okay. Uuululululua. Stauern sie an. Ne, warte. Wir suchen den Keybindings jetzt diese Dingerwild zu finden. Wie haltest du das denn? Wie haltest du das denn? Ah. Ich warte Kreis. Was ist BM-Spec? Ist vom Hunter, oder? Hm. Das eine ist Marksman, das andere ist Beastmaster. Ah. Okay, ich glaub ich hab's. Ah. Wie weh ist so schön. Ja, stimmt. Ich meine, was du hast so toll lieb ist, dass ich nicht spielen kann. Warum? Kannst du nicht spielen? Weil ihre Hand lahmgelegt ist. Ach, wie gemein, ja. Dieser scheiß Affe. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Du, das ist eben so ein klein süßen Baby-Arsen. Meinst du, das blau ist vielleicht besser? Sieht man besser, Robert. Sieht aus dem Tresor. Kannst du auch blau nehmen. Sieht so klein, sieht aus. Sondern er läuft so schön auf irgendeine Zeit. Hä? Sondern es sieht es auch anders als wir. Wie ist das? Hast du Plaketten über uns auch drüber zu lösen? Ja. Sieht nicht. Nö, warum? Damit du uns auch besser siehst. Ja, ich glaub. Ja, das haben wir ja schon in der Vergangenheit erlebt. Hä, ihr seid die Leute ohne Plaketten. Das finde ich offen. Ihr seid die Leute ohne Plaketten. Das funktioniert nie. Was macht die letzten Kamelwunder? Wann funktionieren? Ist ein Mage noch. Ich hab keine Mage noch. Der, der holt. Ja. Oder? Ist meins, ne? Ich denke, wir gehen auf den Hole, ja. Ich glaub, noch ein Eisblock. Oh, das ist Nahkönig. Ich hab ihn mal unterbrochen. Oder noch kein Eisblock. Ich bin, glaub ich... Ich bin gefeiert. Oh, fuck ey. Nein, 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 nein. Ich geh kurz auf den Arkan, dann bin gestunnt, dass er nicht weiter casten kann. Er hat mich gesilenced. Hier ist ein Fett, hier ist ein Fett. Ich verfolge mich. Fuck, ich bin in der Damn Nova. Nein! Fucking cooldown. Global, der Galactic cooldown. Ich bin der. Oh, der Schalle. Naja. Könnte ich erwarten, hier schon, äh, groß. Ich hätte nicht darauf achten müssen, dass es Nahkönig ist. Ja, wir gehen das auch grad völlig falsch an. Okay. Genau, deswegen gehen wir es falsch an. Äh, ich hätte mich um den Mage kümmern müssen. Aber der Parlor war fast dran. Ist egal. Der Parlor hat ja auch Stress. Ja, ich habe aber auch kein Damage auf den Parlor gemacht. Das hast du alles alleine geschafft. Und dadurch, wenn Scooby Damage am Mage macht. Und wo warst du denn drauf? Mage. Äh, ich war drauf und dran zu überleben. Und jetzt fällt er auch am Damage. Interrupt. Cheap. Interrupt. Und. Oh. Mh. 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 Ja, sagt man ja auch mit Mp. Und man schreibt ja auch mit Mp. Und man schreibt ja auch mit Mp. Ich fand immer komisch, dass meine Mama nicht mit Mp schreibt. Ja, müsste mein Papa auch mit Doppelp schreiben, wenn Mama mit Mp schreiben will. Macht man doch! Um es gleichberechtigt zu machen, oder? Nee, nee, weil es ein kurzes A ist. Und nach kurzen Pokalen kommen verdoppelte Konsonanten. Ach, kaputte Konsonanten hier, kaputte Konsonanten. Verdoppelte! So, übermacht man es nicht, wenn es so eine tolle Regel ist? Mh, mh. Ich weiß nicht. Papa kam noch von... Von was kommen? Von was kommen? Von der Zeichnung? Von Papst? Nein, oder? Es kommt nicht von Papst, nein. Für er kommt Papst von Papa. So, nur Pope. Okay. Miss Native Speaker? Native Speaker von was? Native Speaker for shit. Pfeffer. Heheheh. Heheheh. Hehehe. Ja, denn, warum bist du so gemeins nennen? Ich bin nicht gemein- Du bist voll gemein- Voller, aus voller Bösartigkeit. Na, ne, aus vollem Perfektionsgedau. Fiktionsgedauern. Ach. Fiktionsgedauern. Irgendwas ist hier auf die Fiktion. Ich hab auch keine, äh... Wieso ist es nicht mehr Lina, sondern Pink? Das war aber auch eben unsere Kombi, ja? Von der wir überlegt haben, die zu nennen. Ja. Soll ich mal trotzdem während... also mit Kali... Also erstmal ist jetzt die neue Thumb-Through, lieber... Ja, wenn du Zeit hast, kannst du Lina sammeln. Also, ne? Das ist ja auf ganz lange Sicht. Ja, ja. Hallo! Screw... Weiß ich ja eben nicht. Was wolltest du sagen, Screwbi? Screwbi, was wolltest du sagen? Neue Regel, Vanessa geht immer auf Healer. Ich suche mir immer einen geeigneten DTS als hier. Okay. Healer gehen so schnell down. Bam! Ich hab ja ein funktionierendes Fokus-Makro für Silence. Weil... Ich nicht der Meinung, dass es Verschwendung ist. Der hat wahrscheinlich doch eine neue Buttons gewählt. Und ich mein, wenn das heißt... Wie viele Sekunden hat er auf jeden Fall 25? Das lohnt sich gar nicht. 24. Also es ist schon knapp am... am Lohnen zu werden. So. Hä? Soll ich auch alles unsichtbaren? Okay. Schannsicht, 1,20 noch. Bei uns gibt's gar nichts. Du siehst nur nicht. Ja. Ohne mich, you guys. Ich spiel das Spiel nicht mit. Mage. Ein paar... Ne, das bin ich. Mage, do you the rogue. Ich werd mir den rogue raussuchen. Das ist ein Frost. Was ist der Mage? Den do you in. Den ganz cheapen, Screwbi immer mal. Ja. Ich bin gesappt. Was sind das für ein Druide? Hast du ne Idee? Resto scheinbar von den Boss, ja. Okay. Vanessa geht auf den Resto. Es geht los. Ich hab einen Druiden gefunden. Oh, meine... Es geht, du bist... Ich bin im Eisblock. Ich bin im Eisblock. Ich bin im Festo. Das bin ich. Ah, dude, seriously. What the fuck is this? What the fuck is this? Wie kann das denn so sein? Ey, du hast halt noch nicht so den Mage so drauf, ne? Ne, daran liegt's ja nicht. Also... Schon ein bisschen. Aber dass man nichts machen kann. Du siehst gleich auch mal im Damage. Das spricht auch meinem Argument in der Tile. Rogue's an Overfall. Die sind alle Overfall. Wer ist Overfall? Alle. Ja. Lois, whatever. Weil, ich sag dir, was das Problem war. Er ist der normale Rogue Opener, ne? Whatever. Normalerweise lässt man dann seinen Frost Shield runter nuken. Und dann, wenn die Nova ausgelöst wird, blinzelt man, ne? Da hat man den größten Effekt von. Um safe zu sein vom Rogue. Rogue? Konnte ich aber nicht. Weil ich fucking ge-silenced war vom Rogue. Vom Rogue. Und... Ja, ja. Der hat ja als Opener so ein Silence. Vier Sekunden gedacht. Dann beim ersten Schieb habe ich so eine Fake-Aktion gerissen, weil der Rogue ein bisschen weg war, vier Meter oder so. Das hat nicht funktioniert. Ja. Beim zweiten Mal, und durchlaufen lassen, kam der Mage mit seinem Silence. Und der Rogue ging dann unsichtbar, hat wieder neu ge-opened mit seinem Silence. Awesome. Ja. What the fuck. Ja, das wär's auch dann schon gewesen mit seinen Openers, ne? Ja. Also, das kann man schon alles überleben. Wo ist unser ganzes Rating, ne? Haben sie denn schon wieder runtergestuft? 13.55. Das kommt hin. Das kommt wirklich hin, ne? Nein. Wann wird sie, wenn die Punkte resettet? Morgen. Morgen Abend, ja. Morgen Nacht. Eigentlich übermorgen. Ach, morgen ist ja... Eingenommen übermorgen. Ach, morgen ist ja... Ach nee, morgen. Das echte morgen. Ja, mit so'n Rogue, da bist du natürlich schnell das Tal. Mhm. Aber... Das kriegen wir alles... Das denk ich auch. Weil ich hab noch die physische Bubble. Was für'n Cooldown löst denn deinen Ice-Block aus? Bis der zweite kommen kann. Also mit dieser Fähigkeit... fühl' ich mir ja nicht ganz sicher. Das sind 10 Sekunden oder so? Ja, nicht so lange. Ich versteh' doch nicht, warum denn nach Aktivierung der Fähigkeit nicht wieder Insta verfügbar ist. Wahrscheinlich wegen diesem einen Kälte-Effekt, den man hat. 24 Sekunden und... Ja. Das wird schon was werden. Practice, practice, practice. Ja. Können wir ihn schon mal? Ja. Ich sag' dir gleich, ob wir nicht gehen, nachdem wir das Positioning gleich aussieht. Ja. Wahrscheinlich auch im Todesrinnen. Ja. Ich bin jetzt gesilenced. Ich finde dich. Ach, da bist' er. Ich finde dich. Ach, da bist' er. Ja. Man kann immer nur ein Ziel führen. Äh... Ich schieb' mal wieder raus. Ich mach' den Sinn. Ja, ich näe dich mal hier raus. Ich gau' den Sinn. Ich schieb' mal wieder raus. Und dann können wir ihn aus dir schieben. Okay, Warlock ist im Mund gegen Sieb jetzt. Mhm. Vielen Dank. Ich setze ein Stun hinterher, 6 Sekunden gestunt, beide auf den Schamanen. Ach Mist. Vanessa, Anti-Magisch-Hülle und Ghoul-Apfeln. Schamane ist gestunt. Unterbrechen, unterbringen. Okay. Kannst du dich eigentlich noch heilen, Scooby? Ja, ich muss nur Ruhe davon. Ich muss einmal Eisblock gehen. Ja, ich gehe mich halt auf Mar, also zieh mich. Hat auch unsere Buster gemacht. Guck mal, Gargoyle ist draußen. Also ich habe keine... Jetzt waren wir noch. Ah, ist okay. Alter, das ging viel viel zu lange. Aber ich muss mal auf Club. So. Das war auch hier die Suba-Kombo, ne? Ja, das hier. oh. WBKARALK Geräusche. Boah, ist super nervig. Und wie wenig Damage. Voll die Piss. Geht doch. Geht doch. What the fuck? Ja, komm. Ich hab's doch zu viel gemacht. Ich war auch nur im Schieben beschäftigt, muss ich sagen. Muss ich erst an Gewöhnheit spielen. Du bist geliebt sie mir. Ich weiß doch genau wie das ist. Wer, wenn nicht ich. Werner, kannst du mit deinen Schamaden dran? Das wäre mal so eine Hetzjagd. Also ich kam ran. Dann kam irgendwann nämlich die Piere oder so. Dann musste ich wieder hinlatschen. Dann war die ganze Zeit dieses blöde Pad vom Lock auf mir drauf und hat mich verlangsamt. Das ist vielleicht ätzend. Ich weiß nicht, ob das Pad dich verlangsamt hat. Ich weiß nicht, was es war. Für mich war das die ganze Zeit einfach nicht so schnell wie es ist. Blut-Todesdritte haben Gargoyles und können ihre Ghouls so hochwerten, also so mutieren lassen? Nein, Anori. Ja, aber wieso stand denn die ganze Zeit Blut darunter? Bei mir stand die ganze Zeit Blood-Death-Night. Vielleicht schon hast du auch. Scheiß Eddon? Nein, das könnte sein. Das war einer. Nein. Ach, wegen dem Gargoyle. Da muss er. Muss er Anori sein, weil es der letzte Speck ist. Der letzte Speck. Der letzte Mohikana. Ja. Der Damage war awesome. Ja. War awesome. Aber man hat gemerkt, der ihre Combo hatte keinen echten Burst, ja? Das stimmt, ja. Aber der Damage ist halt... Da konnte ich selbst, selbst ich nicht gegen ihn. Ja. Einen Warlock zu schieben am Anfang, das finde ich nice. Dann habe ich aber voll viele Silence jetzt immer bekommen. Also wie viel hat ein Warlock insgesamt? Der hat einen eigenen, ne? Und seinen Pet. Den Fairhunter. Hm. Was für... welchen Lock hätte du denn? Er fliegt... Glaube ich. Ich glaube auch eher er fliegt schon. Ich weiß aber nicht gerade, wie die Mechanik ist von dem Silence. Sind er fliegt scharf. Hm. Was für ein... Ja, was für ein...